Unter dem Motto, das Leben ist ein Ponyhof, führt MS-Sports in Zusammenarbeit mit mehr als 20 Reithöfen die Camps durch. Die Kinder haben extrem Freude im Umgang mit den Rössern. Sie kommen auch sehr viel zum Reiten, haben Spass. Es ist einfach eine wunderbare Woche auf einem Hof, wo die Kinder sich voll austobern können. Bei uns kann auch gerade in den MS-Sports-Camp jedes Kind wiesen. Wir versuchen möglichst viel den Kindern beizubringen, Gifte, Pflanzen, was darf das Rost essen, was darf das Rost nicht essen. Wie steigt man auf das Pony, wie steigt man wieder ab, dass man sich nicht zu fest hinterher bewegt, ohne dass man gewisse Regeln befolgt. Mir hat das Reitcamp sehr gut gefallen, weil es sehr abwechslungsreich ist. Wir gingen in den Wald, gingen Giftpflanzen suchen. Wir gingen auch immer zweimal am Tag reiten. Und wir hatten es immer so lustig. Die Kinder können an einem Reitcamp von MS-Sports während vier Tage pro Woche ihre Leidenschaft zu Rost oder Pony leben. Sie lernen andere Kinder kennen, schliessen Freundschaften und haben eine coole Zeit rund um das Rost. Sie können viel Zeit um Pony oder um Rost verbringen. Sie lernen alles, was die Pflege betrifft. Die Pflege vom Material, die Sorge zum Material, zu den Tieren, den Umgang mit den Tieren. Und sie können täglich mindestens eine Stunde auf dem Rost verbringen. Bei uns kann jedes Kind so kommen, wie es ist. Wir haben auch, egal welcher sozialer Schicht, wir haben alle Kinder hier und es werden alle gleich gehabt. Die Leute sind sehr gut und sehr nett. Und mir macht es einfach Spass. Es ist einfach cool, wenn wir vier Tage lang hier sind, mit dem Mittagessen und allen.